Mission! Was meine ich über Slurp? Ja, irgendwo dahin, ne? Interagiere mit Rieft-Tour-Postern. Also lass mal bei Misty landen. Und dann nach Slurp! Was, deine Mutter? Deine Mutter! Deine... Oder... Ja, da ist es. Saug dich das dann ein und geht's dann ab, oder? Was passiert, wenn ich in den Strahl reinlaufe? Wie in den Strahl? Dann bist du verstrahlt. Tschernobylolol Schwitzt beim Kacken, ja genau. Und rate mal, wer ihr dabei zusieht. Ich... Deine Katze. Ja, okay. Also das... Es geht gar nicht mit diesen komischen Zahlen. Aber gut, ich werde mich schon dran berühmen. Ui! Mandalol Rihanna. Die babben wahrscheinlich einfach irgendwo die Poster, ne? Oh, hey. Ähm... Da haben wir mal welche. Du bist gerade auf mich draufgeklatscht. Why? Slap! Nein! Nein! Hui! Ja. Ja. Da könnte was sein, aber... Me not sure. Ah, da. Ja. Komm, land, 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 land. Rift, interagieren, interagieren. Toll. Das war's. Awesome. Ja. Einfach nur anklicken. Ja. Wie horny ist das? Ja gut, dann, äh, UFO und so. Da haben wir das tolle Event, wo Ariana Grande da war. Da haben die so geile Missionen, die richtig spannend und schwierig sind. Alter. Du musst ja richtig viel grinden, sonst kriegst du ja gar nicht alle hin. Das stimmt. Da kommt einer. Upsi. Okay. Ich bin auch ein bisschen. Aber er ist auch einfach nur stupid. Ups, das warst du. Okay. Au, au, au. Was? Verhören, komm schon. Bisschen, hä? Bob. Ist das ein Predator? It is. Bam. Niedergestrickt. Ah ne, dead. Alien. Wow. Ah, guck mal da. Komm schon, zieh's dir rein, Junge. Alles klar. Eine Aliensis-Kiste. Aliensis. Aliensis. Aliensis-Kiste. Hallo? Nein? Okay, tschüss. Okay, tschüss. Das gefällt mir fast besser. I'll take it. Wow. Grenades. Achso. Na toll. Okay. Okay. Ich mein, das mit dem Schiff gibt's sowieso keinen, wahrscheinlich. Hang. Ich hab einen erwischt, übrigens. Was? Mit der Granate. Echt? War da einer? Ja. Was für ein Schmuh. Kist. Ey, ich hab so nen Detektor. Ehh. Ah, cool. Eine Alien-Reklametafel, was? Was? Deaktivieren im gleichen Match eine Alien-Reklametafel. Okay. Ist das die Rift-Tafel oder was? ich habe so wenig zeit da ist noch nicht riggen mordi weiter geguckt habe ich habe nur die ersten beiden folgen gesehen was nicht wenig alle auf einmal was geht wer dem ideen reklame tafel ende das ist eine harte nummer apropos schielt da liegt schielt was interagieren was interagiert er denn damit der klickt einfach nur drauf der bob fuck dann ist ein schief gf schließt schieß gf Danke für dein Like. Ja, show me what you got. Show me what you got. Fuck. Okay, fuck it. Go, go. Yeah, yeah. Wow, das war äußerst effizient. Uh, da ist gleich das Spriett leer. Okay, ich habe jetzt ungefähr nichts mehr gesehen. Wo ist das Wasser? Wo Wasser? Ah, da. Ist ein Wasser, bin es, treibt es auf leer. Na gut. Na gut. Wo Ferrari? Wo Ferrari? I don't know. Sind die noch drin, ja? Weiß ich nicht. Nice. Der neue Cruise-Screen ist cool. Ja, tschüss. Ist jetzt tanken gefahren. Okay. Yeah. Bin an der Tanke angehalten und habe Leute belästigt. Das ist okay. Ist okay. Ja. Da gibt es doch bestimmt Skieltränke. Ja, toll. Kleine. Da hinten rollt eine Kuh. Düb, 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 düb. Gurgur? Los mit denen. Oh, Kuh. Oh, Kuh. Oh, Kuh. Ui. Ah. Ah, scheiße. Ja. Bin drauf gelandet. Awesome. Ja, wo Kuh? Ich habe keine Ahnung. Kuh gone. Ich sehe sie halt nicht wirklich von hier oben. Mm, 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 lol. Puff. Wow. Boah. Alter. Dieser Bob, Alter. Dieser Bob, Alter. Aliensis. Oh, fuck. Streffen, scheiß. Ich muss mal absteigen. Okay. Hui. Ins Maul. Schuppen, klein. Stimmt, das war dumm. Egal. Schuppen, klein. Na toll. Das muss ich noch einen verbrauchen. Na gut. Opfer. Ja. Ferrari. 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 Yep, yep, yep. Puff. Ah. Okay. Ja, da oben sind bestimmt Aliensis Schilder. Was zum... Warum liegt da eine Toilette in der Luft? Weil das eine Herausforderung ist, wegzuschleuern und Zeug. Echt? Da, fuck. Uah, leckt das? Warum leckt das denn so? Black Knight. Keine Aliensis Schilder. Hm. Vroom, vroom, vroom. Hm, great. That did work out. English fell over. Hui. Hm. Na, Kiste E, wo ist eigentlich mein Umhang? Weggepackt. Nee, wenn du das Ding erworgen hast, hast du den halt nicht. Okay. Voll für den Arsch. Das lag trotzdem, ey. Fuck. Jetzt los mit dem Game. Aber nur da oben, jetzt nicht mehr. Okay. Hm. Auftrag angenommen, angenommen. Hm. Hm. Chili? Nein. Nur schnommen. Hä? What? What happened? Up. Da hat er noch einen gehört gerade. Ja, wir wollen nur gucken, wo der andere ist. Okay. Ja. What? Achso. Bam. Ja. That was working out. Fuck. Okay. Where am it? Sickness, Joe. Next Sickness. Äh, TX ist auch aus. Ja. Das kannst du mal voll vergessen. Das ist die Scheiße. Au. Demnächst nochmal anmache. Läuft dann nämlich nicht so gut. Ich. Laser down. Gute down. Schmockier dich. Schmockier dich. Ups. Falsche Taste gedrückt. Bam it. Okay. Du brauchst doch bestimmt auch noch so einen Suss-Lien-Drank. What? Ich bin fertig mit dieser Aufgabe. Aber okay. Ich bin fertig mit dieser Aufgabe. Okay. Bang! Tank leer. What the hell? Alter, ich fliege gerade bergrunnen. Sorry. Was war da? Ein Auto. Aber nur ein Auto. Kein Gegner. Nee, in dem Auto war ein Gegner. Okay. He dead? Jetzt kommt noch ein Gegner. I'm on me way. Ach, er ist down. Lol. Und der Peng tot. Dein Auto brennt, Mann. Meins? Yes. Also, dampft. Dampft so vor sich. So, küt'n. Küt'n. I, nee. I, nee. I, nee. Die Zone kommt, ne? Ja. Dann sind wir nur noch neun Stück über. gerade ist angefangen oder du hast neue auto hier mit geile mucke danke für dein fall ich habe so vorum gedreht okay da kommt ein karl erst mal das track wir sind gescannert worden ja 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 dann Komm her, Fisch Fisch Jais das klappt ja hervorragend ich kann sie dir aber auch einfach mitnehmen ja das wäre natürlich die mitarbeiter brauchen ein ort zum scheiß haus aber irgendwo da muss was sein da klo wo klo längst nicht zufrieden mächtig das ist keine richtige toilette laut rick ja lass mich mal hören wo wo schuss also dass er noch mal zwei auch kein schild mehr das hat ja mal erledigt hallo einer noch über uns da fuck ich kann schritte sehen ich kann schritte sehen bang headshot direkt ich zieh wap 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 bereit oh alien es war ja wohl voll easy going einfach durchmarschiert jaja ja komm schon ich will die nächste mission auswählen verwende sie eine alien hologram fläche oben auf dem party okay wo 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 was gesagt ja klar wo sonst und da soll ich nur die hologram fläche benutzen ja draufschiffen alles klar und dann noch drei kopf geldjagen ja auch so ob wir das hinbekommen ne 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 habe ich mir schon gedacht dödö 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 monogramm fläche ist mit einem richtig fett hier irgendwo drauf ja genau auf meiner markierung naja so fett ist ja nicht ja aber ok bang und dann die fetteste aller markieren nix fertig wie passiert aber nix ok ja es ist aber abgeschlossen ok das war ja mal also bei mir war die an ja hier ist eine an aber die die auswahl ja ich gehe mal auf die die an ist was kann die ah puf eigentlich hat die so ein hologramm kreiert aber das war ein bisschen verbuggt ich glaube die haben das gefixt ja looks like it geht da noch was ich gehe mal da runter so wenn ich jemals da unten ankommen sollte wey na mitnehmen uah jetzt schwebe ich hier die ganze zeit rum ah jetzt ist mehr keck keck uah 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 schwemme 100 meter weit ok okay pff key wenn du das sagst gmei jawoll 57 meter na gott schwimme ein bisschen im kreis herum dumm die dumm what the fuck ja fertig 17.000 dp ok tschüss goodbye tschüss 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 Tschüß Hey Das war mein Bauen, du scheiß Alien Entschuldigung Alien Zerstöre Steine 1 und 5 Das war anspruchsvoll, Leute Echt Ja Okay, da waren nur drei Steine Das ist natürlich uncool AF Jo, fertig Bauressourcen gesammelt Ich verstehe nicht, was das violette Viereck hier sein soll Ich weiß nicht Ich muss noch ein Stein kaputt machen I hate stones Oh, noch ein Fuck I hate stones Die Alien-Sus-Artefakte werden jetzt auf der Karte markiert Okay Ist jetzt auch dein Kek darunter gesetzt Ich hab fünf Steine kaputt gemacht Ich bin zu geil 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 Was für Artefakte Ah, aha Ja, ein neues Was für Artefakte, Laguna Ja, ja Hätte ja auch die Kiste eh sein können Das ist ja noch besser, wenn die markiert werden Dann kriege ich den anderen Honk vielleicht auch irgendwann mal fertig So, Tito, Mutten, Inventar Jetzt Ja, wenn nicht alles Zweimal dieselbe Weapon hast Dann nisch Wow Lama Ich hab nicht genug Munition, um das Ding zu erschießen Fällt ja Munition raus Die du dann einsammelst Ja Great Dead 3000 EP You serious? Ja, fuck Uh Ich bin ein bisschen überequipped mit Tränken Ja? Ja Egal Nehmen wir den noch mit Sag, man Jetzt hab ich zwei Slots voll davon Unser Ziel ist hier irgendwo Hm Ja, dann wird's Zeit Ah, da drüben irgendwo Guck mal Ist kleiner geworden Klein A Da ist ne Kiste Kiste Eh, 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 eh Ich seh es nicht Da ist noch ein Alien, so das Artefakt Goyle I'll take it Das ist bestimmt noch der Gegner Hätten sie das mal von vornherein markiert Der rennt aus der Zone raus Bob Ich hab den Schuss gesehen Ich höre Farben Ja, ich seh was Ein Apfel Ein Apfel Ja, easy Ja, okay Das war echt easy Tschüss Schließe Kopfgeldjagd Aber okay Da drin ist noch ne Tafel in Boni irgendwo, ne Oh Oh Warte Hang Freezy Ja, easy Aber Oh Oh Direkt die nächsten Oh Oh Hast du gerade die Wacht weg inhaliert, ja, ne Ja Schade Dann nehm ich die Sneer Au The fuck Ich hab doch nur noch so wenig Tränke Sechs Stück Große Was war denn das Natürlich Was sonst Ja Was geht Uh Direkt neben mir Hi Ja Peng Tot Das ist runtergegangen Ja So Keine Muni Da Ah Ja Oben Ah Fuck Nein Hier Bei mir Direkt Da Ach Hang What Egal Egal Breit machen Döp 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 Habe ich die grünen Thingies jetzt weg Yeah Ne Aufrüstbank Okay Besuche die Rift Gut Das ist eben Was ist ja bei Beaver Beach anlanden. Bisschen. Hallo, Schiechstein. Tschüss. Ein Detektor bekommt ihr, wenn ihr eine Alien-Truhe öffnet. Wenn ihr das habt, sucht eine Reklametafel und integriert damit. Danke. Ihr bekommt alle Orte auf der Map angezeigt, wenn ihr die Mission über das Menü betrachtet. Ah. Okay. Aber nur für die Kisten, oder? Weiß ich nicht. Ha. Fuck. Hallo, Rick. The fuck. Yeah, yeah, yeah. Mit der Railgun. Mit dem Space-Gerner aufdecken und mit der Railgun treffen. What the hell. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ich baue Baumaterialien ab. Ich schließe Kopfgeldjagden ab. Ich fahre in EU-Fahrzeug mit Geländewagen-Reise und löse das Problem mit dem Klimawandel. Ja, ja. Ganz einfache Herausforderungen. Ja, schon ein bisschen geil. Was, wo landen wir jetzt? Also lass mal, lass mal Kat-A landen. Kat-A? Ja, aber da sind auch keine Kopfgeldjagd-Tafeln. Aber doch. Okay. Tja, bist dumm. Ups dumm. Ja, machen. Stumm. Idiot. Okay. Jam. Jam. Ui. Why am I only level 105? What is this? Fuckery. Suk-Dix. Aha. Got him. Bäh. Wo ist die Tafel? Fork-Headdy-Corner oder was? Wait a minute. Nee, Mitte drin. Okay. Das ist doch eine Aufrüst-Workbench-Shish. Hier, direkt hier. Okay. Dringender Auftrag, alles klar. danke tschüss so dringend dass wir es mal ein bord besiegen ja oh hey i like hallo mehr nomen bitte es geht and where is it hier kommen wir da oben drauf aber das hast du vielleicht alter dein ernst wow der war voll auf chillies hätte ich mir mal lieber was reingezogen echt mal okay das war voll schlecht das war noch eine markierung rektal tafel wo es jetzt die schiss zum vielleicht meinen die damit auch was ganz anderes unterwerft euch ja wir müssen so eine kiste öffnen ja gut 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 gegner was da fuck in der andere waffe wo ist der andere das habe schmückt acht also drauf gehe ich schisse wie das wiederbeleben immer mit nachkommastellen angezeigt ja nie so verwirrt zu gebrünt doch sie guten jetzt die tafel weg was doch direkt aber die markierung auf dem ist auch weg deswegen ei toxic das geht doch schon wieder nicht hier hat jemand abgerippt ja genau guck mal nimm mal der raketewerber ich nehme mal der raketewerber nimm mal der raketewerber aber ich habe gar keine raketen die kann ich die gleich geben ich bringe mal ein auto mit oder was gegner ist jetzt ja verpiss dich junge i guess he gone ja ist weggefahren was war das für ein pop move echt mal hast du noch ein meth geht oder brauchst du mit gibt liegt eins ok dann nomad geht vor ihm aha raketen rak achso ja stimmt shop dir noch fünf stück hängt hier ist er leben awesome nix gemacht geht ja nicht man die man mit ihren limitierungen echt no can work schleudere toiletten decke gegners kopfgeld schies wo sind denn die anderen ort für diese tafel ja ja das war nämlich genau meine überlegung aber er zeigt jetzt gar nichts mehr an ich habe so fast keine munition ja aliens ist artefakt hui es machte back runtergestürzt dafür ja äh äh unter der brücke ja eindeutig jank äh ja oh drive meine skills alter ja super ja er schießt die zonen weg gib ihm weg mit dem schiss war der noch so gemacht hier oben mit laser vielleicht ja möglich äh danke by the way und so hui und seitdem das ufo bei der ganzen map ist in die schatten ja du schaust bisschen kacke aus ne warum generieren die da vorne ich verstehe es nicht ne ja und hinter uns verschwinden sie wieder guck mal nach hinten naja lol realismus so doch aber nicht ethics on ne definitiv nicht ne big shits ja die schatten spacken aber auch stellenweise übelst rum jetzt ne hier gibt es die infos guck mal ja in the butt wo steht wo steht die leg 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 das war episch ich vergessen wir das don't say nothing reloaden ah hießt eh 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 hier ist noch so ein greif o tron freund ok na das gefunds mit den toiletten nee great aber brauche ich gerade nicht ich suche hier den gegner wo die toiletten hm du hast klang da mal da bang wo ist er achso du bist noch eine etage weiter oben scheiß bro da ist er ja komm 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 ok shield ist down shield ist sowas und down boop got him ein kugler habe ich auch keinen platz ne egal ich schmeiß schrumpel weg ok weg mit dem schiss weg mit dem schiss wo sind die toiletten junge ich guck mal hier so eine plasmakalzone plasmakalzone nom 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 nope kein platz wo toilette hier läuft hier läuft musik heuer schrumpel weg ohne danke nochmal bitte ich bin hier gerade am chillen komm werf mir nochmal so ein ding ins gesicht jetzt bisch racing hello danke das war effizient das ist schon wieder eine kuh, ich seh es gerade ich habe gerade mal die maus umgestellt, jetzt bin ich total irritiert da ist irgendwo ein artefakt ja mittendrinne. artefakt den kann man nur einfach benutzen dann schauen wir ihn wegschmeißen boss boy is down. boy 10 wenigstens scheißhaus kann doch nicht sein. da fliegt einer. scheißhaus? nee. oi boss boy noch 20. ich hab auf meine kills geguckt. ich dachte es gäbe nur 5 nee nein ah tschüss farm schild bang hihihi hm wui ist alles am arsch gerade mit diesem update so shadow technisch ja das lutscht hier gibt es schon wieder keine toiletten nee da ist ein gegner ist irgendwo der hat einfach gelieft der hat einfach geraget echt der fort was für ein move b b r 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 das ist ja wohl mal voll deine lieblingswaffe die da liegt die die legendary plasma gehören ich weiß ich glaube der sonnen drunter ok schwer abgetriebe fuck schon mal da wo ja ich glaube den sms mal los ich nehme das impulsgewehr was geht was geht er sagt doch dass du da hochrollst ich komme mit es hat er sich so gedacht das war mir klar strächer er kommt ich glaube ich bin tot jetzt rick sanches ist doch scheiße mit denen er den schildern gerade machen fand ich jetzt ein bisschen scheiße nur so ein bisschen wir könnten das mit dem scheiß machen auch feindliche gebäude im brand setzen das kriege ich hin ja gerade so ein brandstifter feuerchen jaja ich habe ich vermute das hat uns einer vorweggenommen gerade eben wie denn das hat gesehen ja und dann war es weg ich bin dann kaputt gemacht stop singing bäscher Na, machst du ein Eis auch? Möchtest du ein Eis essen? Wenn du brav mitkommst, gibt's auch mehr. Yes. Los, Suspara, zerstöre Bäume, Alter. Es ist doch nicht mehr feierlich, der ganze Kram hier. Fahre ein Yo-Fahrzeug mit Geländereifen. Na gut. Haus und Zerstörung, ja tatsächlich. Also ist Weeping angesagt, ne? Da können wir alle Spielegebäude in Brand setzen. Easy going. Goin. Ui, danke für dein Like. So, ja, das Schild ist mal noch da. Dann gucken wir da mal, ob die Kiste auch noch da liegt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Go, go. Umstange streicheln. Nicht drüber erfahren, Alter. Wenn du das jetzt kaputt machst, ne? So. Hang. Hä, ich würde auch niemals sowas machen, guck, he? Musils, morsels. I-git. Jam, jam. Mm, jam, jam. Mm. 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 Ja, mi. Ah. Na, so war. Okay. Da lebe ich. Äb. Pff. Fuck. Spur, keine Waffe. Das geht nicht klar. Dogi, dogi. Shop 2. Now can do. Ich auch, jetzt. Odd Complex 85. Bien, bien. Explosions. Boom. Explosions. Plasma gun. Smooth. Bang. Na gut. Wir müssen auch irgendwas schon wieder in einem Match irgendwie besuchen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, aber es ist gut, man kann auch teilen. Ah, hier ist auch Big Shit. Na gut. Hallo. Boink. Bye. Ups, ne, eigentlich war das stupid. So. Bist du denn hin? Sag mal. Gießt, eh, die, ja, okay. On me way. Ja, ist soweit. Es geht. Schwer dich mal nicht. Als ich in deinem Alter war, muss ich jeden Tag so weit zur Schule machen. Ja, genau. Okay. Ich bin hier für den Flim. Hm? Hm. Wo ist denn der Scheiß? Hinter dem Berg. Koströmische Truhe. E. Ja, show me what you got. Okay. Oh man. Was zur Hölle stellst du eigentlich da? Was bist du für ein Bobby? Hi. Ich bin der Coole mit dem Quad. Ich bin viel cooler. Nein, übrigens. Ah, ich bin dabei. Hallo. Oh Gott, geh raus da. Endlich. Was für ein Schmuh. Dead game, echt, ey. Hallo, was geht ab, Bisch? Was geht ab? Spatialkommando. Die Toilette war einfach ein Geheimgang. Okay. Hast du dir jetzt quasi die Toilette runtergespült? Ja, ja. Ich habe Notfallprotokoll, Abfluss spülen. Wie heißt das bei Menden in Black? Ja, ausspülen. Ja, das Notfallprotokoll. Wir werden rausgespült. Und dann sagt er so, was, wir werden was? Und dann sterben die. Muscle gas. Okay. Wey, oh, nee. Okay. Abfahrt. Abfahrt. Meine Haare gucken hinten aus dem Fenster. Look at it. Nein, das ist offen. Ach so. Ja, ja. Wey. Bang. Nice. Was haben wir jetzt noch zu tun? Schleudere Toiletten mit einem Greif-O-Trohnen weg. Vielleicht meinen die die äußeren Toiletten. Weißt du? Nein, die meinen einfach Toiletten. Da ist ein Gegner. Oder diese... ...die diese Standard-Ding erzählen. Die sind so, wie wir da... ...hacken. Bang. Lebt der noch, jo? Oh, scheiße. Das ist auch ein NPC. Fuck me. Wow. Gegner. Gegner. Ah. Oder? Ist das ein Gegner? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wahrscheinlich. Nathan Endbitz. Ups. Das war mal die Phrasen-Halben. Bobby. Hang. Umgenutzt. Hallo. Was? Ich hab kurz rausgechappt. Achso. Show me what you got! Okay. Warte mal, flieg mal in die Zone. Dann lass dich wieder raus. Bang! Uh, ich hab mit dir einen Baum zerstört. Wie geil war das? Also geil, natürlich. Ui. Na gut, dann setze ich dich jetzt wieder ab. Was? Echt? Ah! Okay. Nice. Okay. Cool. Ich steig mal lieber ein, das ist mir zu gruselig. Und du? Ah, okay. Bang! Wie. Der Bobby, den ich jetzt rekrutiert habe, der ist voll verwirrt. Der weiß nicht, wohin soll. Nein, liebe. Das ist vorbei. Wow. Au. Baum zerstört. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Da ist ein Gegner. Wo ist ein Gegner? Oder? Ich sehe Schritte. Okay. Okay. Fuck him up. Oh scheiße. Ah, ich hab den Jump verkackt. Na toll. Bis ich da bin, ey. Hui. Wuppdi-du. Di-du. Wo Auto? Da Auto. Nicht Auto, ey. Auto hat Anfall. Ja. Okay. Hat das gezählt? Ja, wow. Nice. Alles burnt und du fest weg. Okay. Tschüss. Schön war's. Oh, come on. Nicht verregeln. Oh, come on. Ich helfe dir doch schon. Aliens ist es schon mal dead. Wird nämlich auf dich geschossen. Wo ist er? Bobby. Da drin. Na ja. Na ja. Pfff. Tot. Bob. Okay. Uh, dir geht's aber gut, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. I see. Die Zone kommt. Alter, komm. Komm. Go, go. Ich hab auch kein Math Kit für dich heute. Warte mal, das sind doch bestimmt alles feindliche Gebäude, oder? Ah. Da unten. Ja, ja. Ja. Von 15. In Brand gesetzt. Awesome. Danke für den Like. Ah, fuck. Fehlen echt mal welche. So ein Kack. Ist doch noch ein Glühwürmchen? Und danke für dein Follow. What? Ein Glühwürmchen? Glühwürmchen ist aus. Wenn es fliegen kann, ist äh... Was? Ah, ja. Fuck. Egal. Das ergibt sich schon. Ist das keine... Ist das eine Gruppenquest? Ja, ist es. Okay. Oh, what the fuck. Muss das sein, du Impz? Bobby? Nee, komm schon. So. Putsch! Weiß nicht, ob das zählt. Ich hab das Auto in die Luft gesprengt. Ob das daneben stand. Okay. Naja, in Brand setzen. Wenn alles burnt, dann ja. Naja, zählt anscheinlich. Da sind doch zwei Wände. Dann zünde ich die mal an. Dann zünde ich die mal an. Dann zünde ich die mal an. Noink. 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 Uup. Uup. Peng. Geil. Ja. Die sind zu schnell explodiert. Haben nicht gebrannt. Sind sofort explodiert. Dann brauchen wir noch einen Benzinkanister. Dammit. Oder Güllwürmchen. Damit hab ich ja schon fast gerechnet. Aber war zu faul, das zu bedenken. Ja. Egal. Macht ja nichts. Da ist ein... Da ist ein Grill-Dings. Da ist bestimmt ein Benzinkanister. Grillwürmchen. Nein. Grill. Grill? Grill? Wie? Hier ist kein Benzinkanister. Was? Don't fuck. Ich war im Hinterhof. So die kacke. Voll de püff. Ah. What the hell. Reicht nicht zum Up-Greben. Das kann ja aber eigentlich nicht sein. Ne? Hier muss es sein. Boom. Zum Anzünden. Ne? Gefühlt. Waffenautomat. Ist wie in USA, Waffe kaufen. Ja funny. Ist doch so. Das ist. Mittlerweile kommst du die auch ein paar dran kaufen. Würde mich halt mal so rein gar nicht wundern. Genau. Die Zäune kommt direkt auf uns zu. Ja, danach gucke ich gerade. Schaut aus, schau. Uff. Ich glaube, da sind welche. Not sure. Ja, Mann. Ja, Mann. Zack, bäm, Güllwürmchen. Okay, alles klar. Fuck me, halt. Ah, ich werde hochgesackt. Oh, come on, ich werde gerade hochgesackt. Oh, Mann. Scheiße. What the hell is going on? What? Hallo? Oh, komm schon, Auto. Oh mein Gott, das ist komplett am Ausrast. Ich mache überhaupt nichts. Alter, ich springe jetzt raus. Ja, what the shit. Ah. Peng. So. Echt? Seriously. Da irgendwo war er, ja. Ja, da ist er, direkt bei mir. Slap, slap. Slapity slap. Peng. Ja, nice. Warum macht er denn sowas? Das ist doch gemein. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich das jetzt erledigt. Das sind gar nicht mehr so viele Aufgaben. Ähm. Ah. Also ich meine, ja, wir kriegen jetzt wahrscheinlich zwei neue, aber... Nom, nom. Oh, du bist doch gar nicht so schlecht. Equiped. Equiped. Wie sind sie noch? Ah, okay. 2. Im Team. Parkst du? Ah. Oh. Als ob die da jetzt gerade geguckt haben. Ups. Ups. Was ist zum Arsch? Ich habe es genau gesehen. Ja. Alter. Oh, ey. Das ist doch scheiße. Fucking Marshmallow. Schmallow. Warum macht denn der Scheiß Stein so viel Schaden? Er kommt mit dem Stein angerannt, drückt mir den ins Gesicht, bin halbtot. Was soll das? Ja, ist schon hart. Yeah. Achso, wollen wir es denn landen? Scheiße. Keine Ahnung. Ja, Holly Hatchery. Sammle Ressourcen. Ein bisschen was vor uns. Usbal. Sus. Wie was? Iva Beach. Äh, wir gehen erst zu Holly und dann gehen wir rüber zu Iva Beach. Dann müssen wir auch irgendwas machen. Ist gut. Can do. Can do. Der muss nicht durch den Strahlen. Jetzt saugt er uns gleich hoch, ne? Das wäre jetzt natürlich voll für den Arsch, äh. Bleh. Ey, ich jump mal hier raus, ne? Tschüss. I want to know. Okay. Passiert absolut gar nichts. Ja. Du kriegst hier drin, du kriegst hier drin einfach nur erhöhte Sprungkraft. Okay. Anonym hat sich früh verabschiedet. All der vier. Das ist ja schade für Anonym. Ja. Sharkzone. Wie die Rückenflossen von dem kleinen Heider rumwoppelt. Hahaha. Okay. Das sah lustig aus. Das muss ich mal beobachten. Also einfach nur Ressourcen sammeln. Äh, 100. Okay. The fuck. Lol. Das ist ja wohl voll easygoing. Fertig. Jo, fertig. Hat ein bisschen länger gebraucht, wie immer. Ist ja geil, wir fahren nach Bi-Bi-Biwa. Was geht denn Bi-Biwa? Da müssen wir so ein Foto machen mit Gummi-Jonesy. Gummi-Koch-Honesy, okay. Durchs Haus auch. Das ist gefährlich durchs Haus. Na gut. Dann müssen wir Gummi-Koch-Honesy-Tatsache. Bork? Wo? Da. Oh, lol. Hang. Tschüss. Wo? Wo Gegner? Oh shit. Gummi-Koch-Honesy. Das ist so. Oh kack. Ah. What? What? Nix. Dancen. Ja, ich hab einfach mal geflext. was wieso das denn zu lange wach ok das natürlich fies hat sich ja total gelohnt hier reinzugehen ist nichts ok jemals wieder raus artefakte wo artefakt i dont know auf dem dach echt jetzt ne hier im dach im dach ok hier ich freue mich nicht ah nom 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 zack bam got it und jetzt keine ahnung um ehrlich zu sein ich knapp mir mal ein ufo nach dieser besucheraden challenge aber das ufo schnappt sich nicht auch ok fuck was ist passiert ah ah ok ich habe es noch nie angeschossen weil ich dachte sie sind gut was du das warte mach jetzt die herausforderung mir geht nicht kiste kiste nein waj 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 läuft das kacke also ganz ehrlich irgendwie läuft es nicht gut oder elektris bei dir nicht nicht so hier irgendwie lutscht es warum 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 fucking alien die piece of shit ich muss das marie starten das ist schon besucht ja bestimmt das ist sowas von in der zone gerade ich glaube nicht aber da steht doch nichts von in einem match oder besuche die koralleninsel basislager und gewöhnliche man kann das auch langsamer scrollen die gewöhnliche hütte steht aber nicht in einem match dann machen wir das nicht im match dann treffen uns jetzt wir gehen dann nächstes match sofort hin ich küsste die high res textures runtergeladen die high res texture und hast du die runtergeladen ne immer noch nicht vielleicht liegt es daran ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher aber das kann auf der grafikkarte eigentlich nicht sein ich mache mir marshmallows mann gerade auf dich vor allem drückt sie sich alle drei ins gesicht und zwei fallen runter voll die verschwendung mann jetzt sind sie kaputt die schmellos explodiert na toll ja ich wollte das dem nur besorgen noch das normalen schluss trinken klein oder ja wir müssen zu einem lag erfeuern es war auf jeden fall 1 das wäre noch nicht hoch genug danke fürs lichen burn piece of shit okay go irgendwie habe ich hier aber nur 1 bis jetzt besuche koralleninsel basislager blablabla ja das hat uns aber ich war da ja anscheinend ja nicht Captain America! Gib mir deine Waffen, hoffentlich ist es vernünftiger als meine. Nope. Was ist denn, Homie? Links! Bitte links abbiegen, Herr Laguna! Und aufm! Ja, komm, Alter! Bang! Na, was ist Glück, fährst du! Yes! Bang! Kiss eh! Ja, meinst du doch, doch! Ist gerade eine geressort worden! Komm schon verreckt, piece of shit! Oh, what the fuck! Hey, das! Ufo! Fuck you! Boah, komm! Da hell! Hopfer! Hehehe! Hehehe! Okay, du bist ein Miesmann, um getötet zu werden! Ja, so muss das! Oh, wey! Was? Ich suche jetzt eine Toilette! Ich geh mal schiffen! Tschüss! Ich möchte die wegschleudern, damit wir die Endesrache sind! Das ist gut, oder? Ja! Level 111! What the hell? Level 130! Nimm immer noch 20 Level vor dir! Ja, natürlich! Aber ich meine, es geht verdammt schnell gerade, irgendwie! Okay, tschüss! So, hast du Toilette? Da wird grad jemand, jemand, wieder, 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 wieder.... Wieder be-ressen! Wie hab nein gesagt! Na dann war der eben sehr freundlich! Zu recht! Wo Toilette? Naja, wo Toilette? Gibt wieder keinen! Da ist ein Aliens, das ist... Da ist... neu ist das kann ich auf jeden fall kein gang ist danke merkt der oben ist noch so ein alien arty fuck no that's not by was is oh yeah wow got it stets bemüht bin gut gelandet muss schon mal sagen auch scheiße er die zone kommt ein steuer ich habe es gehört das geben nicht markieren fällt einem kreis die ganze zeit mutter ja ernsthaft ist mit dem und klar den klo jawohl voll erwischt amos kodex in die phrasen geschosse hast der lebt noch ok soll ich ihn jetzt wegbächen oder nicht ne warte ich suche noch eben ein klo ich brauche nur noch eins au ok hat mich weggesnippt nur weil ich gewartet hab da hinten würde ich sagen wo er sich eben eingebaut hat da drin irgendwo da hinten dran ja da läuft er er kommt hier packst du jawohl boah lecker maschmick ja erst mochille yes 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 so war doch schon wieder mal ok ich leg mal den trash da hinten weg ja ich leg mal den fucking trash aus dem game fucking trash fucking trash trash gang weee oh kann ich mir auch wieder in eine richtung zu laufen check ja sauber gucken was was noch geht eliminiere eindringlinge ist ja nicht so als hätten wir nicht schon 5000 eliminiert heute so bei caddy landen und dann rüber fliegen oder umgekehrt ist beides scheiße so wie es aussieht ja relativ egal dann lass uns hier landen das ist früher und dann ufo besorgen ja ne geht gar nicht egal wir versuchen es einfach noch tony du putze crazy alpaka 98 hat sich beim sus fahrer bedankt das ist so crazy ja komm mal hier ist direkt so ein alien sis artefakt egal ja wusch ach das sollte passen was aber gar kein boost ist es nicht das was wir landen müssen wir sind auch toiletten noise jetzt brauchen wir noch so eine gahn ja du hast fertig oder hat ja ja wir müssen rüber direkt ich komme nicht hoch komm ich hoch ja verdammte scheiße wie 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 weißt schon blaupillen.de yes oh ne da haben wir die bände drunter wo ist wo auto kein auto wo auto neat geh runter zur kette da ist auto shitty corner ja stimmt shitty corner shitty corner okay aha hand hand kanon eh luched penises eh der auto wenn wir die andere markierende wo wo ist wo ist hä what the hell ah da uäh das schaffen wir nie doch doch ah das ist doch scheiße komm go ey ist auf dich doch voll ja gut wir haben ein bisschen Zeit ne gerade Alter was ist das für Musik fuck ähm Ariana Chambale 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 die scheiße ist gemarkt ja okay ui jawohl du kannst es schaffen ich weiß nicht was der Sprit sagt aber vielleicht der Sprit sagt naja gut dann gehts neues boblol boblol what the hell boah perfekt warte boah ja komm gib ihm äh 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 ja dann mach hinne ach so fang ich fahr boah heute noch ja perfekt boah ey diese scheiß Mauern die kann nix die Karte turn that shit around und ab jetzt können wir die tauschen ja fahr nicht durch die Mauern ja das macht er dann kaputt holy niceness bang boah oh 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 das war klar boah da oben stand ne UFO ne ist aber kaputt boah boah das wird richtig eng out suss moriert suss wuff ahem oh 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 alter go ok na doch can do can do jetzt sehe ich so naja die neuen Missionen meine ich dann mit Mischmash Games aber ja na na does it work? no it doesn't ja nice finally hey ah refill ok eliminiere Eindringling links ah greifbootron naja ah da war ein Alien-Artefakt in der Hütte glaube ich schaffen wir das noch? ne ne wenn ich da du siehst es nicht merk schon da ist egal komm weg hier dann das dieses das ist das hier die wir kommen wir da eine die Ja, also easy going. Das ist ein Gegner. Wo? Da. Lebt noch? Nein, doch nicht. Geh mal verhören. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Sus. Buttshot. Was? 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 Komm her! So war's. Wie? Is sie schon wieder ja mal respawned worden oder? Ne, nein. Der is still ready for Dingy. Ab! Danke fürs Verschenken von this SUP! Ich muss aber danach glaub ich mal da Gnamey Neustade. nach der Runde. Dingy. weil mit der uhr es ist ja unspielbar ja schon wenn du das nicht hast dann kann es ja eigentlich nur an iris liegen und der ganzen abgefuckten shadow geschichte hier gerade ja ja aber du hast keine frame dort ist da durch das ist dann geht hier fortnights doch und habe ich jetzt auch nicht mehr keine ahnung das schon nicht auf der grafikkarte läuft marschen ums die haben nicht gedacht dass es nicht von von draußen kam hängt so hatte fack 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 alter fack nie ab die es okay cool oder auch nicht was gerade mal das Game lieben. Ragequit. Gruppenansuss. Ja. Baugebäude. Gruppenhilfe. Ja, gut. Das ist ja wohl fucking easygoing. Ja, keine Ahnung. Where to land. Wo kriegen wir mein IO-Fahrzeuge schnell her? Okay. Okay, okay. Krieg sogar mehr als 20.11 übernehmen. Frank. So sick. Da brauchen wir noch die Geländereifen. Ja. Ja, die Fettöre schade. Ja, ja, ja. Sagst du so? Ja. Sag ich so. Ja, nee, nix. Ja. Hab ich mal gedacht? Ja, ist gut, ist gut. Ist gut. So ist gut. Schusch. Schusch. Boah, ich krieg keine einzige Fortnite ADL-Tanz-Hin. Hallo? Ich mein, wäre mal eine Maßnahme, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das... Oder? Zählt das für mich überhaupt? Oh ja, cool. Vollgas. Weil, weil wir in dem Autofakt. Na gut, das sollte man vielleicht noch mitnehmen. Where is it? Innen. Oben. Hier drin. Macht der Auto nicht kaputt. Das ist oben drauf. Das muss oben drauf sein. Äh, ja. Aha. Keine Matz mehr. Ich glaub, ich hab's gerade ausgesperrt. Wow. Wow, danke. Baugebäude. Okay. Drive me some car. Ja, das geht voll schnell. Cool. Kann ich nur noch so ein Creve-Otron. Hang. Boing. Grundnachsus. Ja, ja. Schon, das war ein Gegner, ne? Okay, tschüss. Boing. Schwimmen mit einem Auto zwei Kilometer weit. Okay. Habe ich Gruppenansus gesagt? Ich hab keine Ahnung. Was tust du? Nein. Das war ein Joke. Das zählt vielleicht überhaupt nicht. Oder? Du? Ah, doch. Okay. Fucking fail. Was ist das? Pimmel. Ich sehe nix. Nice. Fertig. Let's swim. Hang. Oh, hey. Greifsus. Grief. Sus. Jetzt brauche ich nur noch so ein Klo. Oh, die lexeln immer noch dick. Okay. Cool. Irgendwas stimmt mit Fortnite nicht. Und mit Hasi. Hasi stimmt auch nicht. Ah, zwei Susletten. Toll, toll. Ich bin stuck. Ah, okay. What? Schnell, mach schnell. Mach die Toiletten. Mach einfach die Toiletten. Okay. Das ist fucking Geheimgang, ne? Ja. Die andere auch? Ja. Und ich hab richtig beschissene Waffen, ne? Much. Bye. Penises. I go. Tschüss. What happened? Spring. Spring. Hui. Ich hol dich gleich ab. Was denn je los? Das ist ja mal nice. Wie cool ist das denn? Mami. Hui. Oh, es ist Art. Fuck. Wie lange liegst du noch da? Hast du noch Zeit? 40 Sekunden, aber... Ich mach einfach die Toiletten an und dann haben wir das fertig. Ja, erstmal Toiletten finden. Sind die immer noch da? Warte, ne. Vielleicht sind sie Richtung Zone gegangen. 20 Sekunden. Benutzt du den Kugel, dann musst du schneller. Sind die immer noch da? Ja, ich seh's gerade. Bye. Gut, dann tut's mir leid. Hui. Machen wir die Toiletten. Alter. Da hinten sind welche, glaube ich, irgendwo. Ja. Hallo, R. Ich will hier raus. E. Ach, E. Da zwei, ja. Oh, nee. Da waren ja nicht irgendwo Toys. Achso, die haben ja alles verändert. Ja, Big Set und so. Fuck. Das ist doch scheiße gerade. Wo sagst du's? Hey. Ohne Mist. Ich seh keine Toiletten. Na? Ah. Ah, da ist es. Okay. Hui. Ist er eingesammelt? Natürlich nicht. Jetzt aber. Okay. Haben die die da hochkatapultiert, oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stimmt denn mit denen nicht? Ist das nervig hier. Der Stream ist fürs Klo, allerdings. Yes, yes, yes. Kann doch nicht sein, dass die jetzt alle Toiletten da hochgesagt haben. Or, can it? Can it? Oh, no. Ah, halt's. Was ist das denn? Fuck you. Komm, gib mir das. Und da kommt die Zone, die ich völligs vergessen hab. Okay. Werde zu Kuh. Damit bin ich hier drin, aber wahrscheinlich langsamer. Nein. Sure. Guck mal, weil ich jampen kann. Die Kuh ist allmächtig. Ja, die teleportiert mich halt auch einfach mal überall hin. Danke für die... Oh, fuck. Ah. Ah. Danke für den Sub. Ah. Komm schon. Ich bin gegen den Baum, Lagune. Ja, die Kuh ist allmächtig. I see, I see. What the fuck? Du benutzt sie falsch. Du musst nicht, dass sie gedrückt hält und dann loslassen. Nicht im Wasser. Und dann kann sie dich so in der Luft bewegen. Ja, ja. Das ist mir schon klar. Das funktioniert nur... Alter, das funktioniert nur oft nicht. Hi. Oh, diese ranzige Kuh, Alter. Oh, komm schon. Was zum Arsch. Danke für den Sub. Ja, für den Geschenk natürlich. Hallo. Wie spächtig. Ich seh das ja jetzt. Habe ich extra wegen dir eingestellt. Danke. Ui. Ah, endlich. Stop shooting at my cow butt. Oh, oh. Lol. Okay. Der trifft mich nie. Boop. Jetzt hat er mich gelaufen. Super. Der trifft mich nie. Die Fresse. Was für ein Scheiß. Mann. Ist jetzt die vorletzte oder letzte Runde. Nicht ohne Discord. Oh. It's me, dirty Rick Sanchez. Ricky San Dutches. Yes, yes, yes. Aber unabhängig davon. Letzte Runde. Ja. Scheiße. Da müssen wir echt nochmal gucken. Ich werde mittags in der nächsten Zeit keine Zeit haben. Dann müssen wir das nächsten Donnerstag vielleicht nochmal angehen. Dann gibt es schon wieder neue Aufgaben. Aber egal. Eliminiere Eindringlongs. Verwende Yo-Sprungflächen. Wenn wir von hier runter yoen nach Slurpee, glaube ich, geht das voll klar, oder? Ah ne, du musst hier nur eine. Eine verwenden. Dann lass uns die verwenden. The hell. The dirty Rick Sanchez. The Ricky Dirt Sanchez. Dirty piece of. Carp. Dirty piece of shit. Und der du zwölf. Schade, dass es keinen Skien gibt, der das so anzeigt, ne? Oh, da hinten auf dem Rücken die Zahl steht. Yeah. Gibt es doch? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber du kannst ja bei dem Fußballding das selber anstellen. Aber ich glaube nur bis 29. Ja, super. Super. Mioink. It's me. Schreib mal an. Schreib dir in diesbezüglich doch mal eine E-Mail. Ja, echt? Hallo, ich bin Winter. Sie kennen mich vielleicht. Ja, dirty pieces of crap. Vom Ablässern im Stream und so, ja? Wenn du sagst, ich hätte gerne Lagunas gehen, wo hinten auf dem Rücken meine Battle Pass reinstehen kann. Ja, echt mal. Ob ich mit Rick, mit Rick reden kann? Hallo Rick, was geht's? Ich würde ja den Jizz aktivieren. Aber ich glaube, wir looten erstmal noch ein bisschen, ne? Loot, oh nein. Kehrst du gerade in den Dreck raus? Das ist nicht am Kern, sah so aus. Ach, da bist du. Okay. Gebäude am Bauen, ne? Und fertig. So, what next? Eindringlinge eliminieren, ne? Ja. Also müssen wir zur nächsten verseuchten Ufo City. Das ist gerade noch so Lazy Lake. Und natürlich the Grief-O-Tron. Der Fingery-Ding-A-Tron, ding-a-linge. 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 wawa 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 wau wau super bald doch und darüber gelaufen was du das selbst sind dann ist eine kiste kugel Wow, why? Ich komm gleich zur Kiste, ich such noch so'n Späh-Dings. Wer ist das, Bisch? Peng, 500 Schaden. Und gleich das ganze Haus mit weggepecht. Awesome. Die Waffe ist ein bisschen stark, ja. Oh! Na, nicht. Na, nicht, nicht, nicht. Okay. Warum tust du das? Weil hier 5000 von den Dingern sind. Okay. Hier war kein Spiel, hast du ein Späh-Dings? Nein, kein Späh-Dings. Ich brauch aber ein Späh-Dings. Guck mal, die Rekke ist runtergefallen. Das Glück hast du nicht getroffen, ey. Rekame-Ma, mein Schlegoo. Okay. Ich brauch auch ein Späh-Dingy, aber das gibt jetzt grad mal keinen. Vielleicht ist ja einer in der Kiste, dann. Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Huiiii. Ich muss erst mal mit Morty dem Dings Gesicht einschlagen. What? L bawсь großartig. Wof. Mordi. L ei ich habe eigentlich nicht eine gute waffe ja das kann schon sein wer weiß das schon sagt tschüss ok sounds gut to me oder nicht war das ein eintrink long nein einhorn einhorn okay so gerade mit der kuh den busch zerstört nein okay so aus ich auch sehen auto jetzt ist es ich bin mal ich bin ein bisschen alt modi fehlt halt echt noch du siehst gegner du bist ein kilometer von mir entfernt ist gut gut wenn ich sehe wo du bist ja 150 meter noch wo siehst du gegner er schwimmt auf mich zu das sehe ich jetzt hat er mich aber auch im visier jetzt immer so sieht es aus noch einer ist der andere links bei dir ungefähr na komm schon ich habe echt keine ach so sonst keine gute wache dafür das lieben ist eine kacke hast gedacht die never takes me life by the way never ever never so hin so schnell got to go tschüss na super der denkt wenn du das da jetzt war oder scheiße der fluss läuft nie entgegengesetzte richtung ach komm das lutscht doch dicks hängen geblieben nice und ja es legt immer noch ich weiß nicht was mit fortheit nicht stimmt guhur lol na fuck vorbeigejumpt super das war äußerst geil aber besser als nix ja nein fang fang Ich würde jetzt gerne mal eine Toilette durch die Gegend schleudern. Danke dir, Mishmash. Bis die Tage. Ja, shoot it. Shoot it from my head, Mordi. Mordi. Okay, thanks. Bin ich Mordi. Mega, Mordi. Ich habe nichts gesehen. Vroom, vroom. Ich warte nur auf die anderen Bobbys. Die kommen bestimmt noch. Die waren so versessen auf mich. Ja, habe ich nicht gesagt. Können sich lassen. Where are they met? Oh, den auch hier. Na, great. Ah, komm schon. Aber der ist low. Low Bob, ja. Wow. Das ist ein Ninja. Nein, nicht Ninja. Ich werde hier von allen Seiten gepenetrated, ne? Das lutscht gerade komplett. Ja, ich habe auch irgendwie keine geile Waffe für den Nahkampf. What the fuck? Where is everything? Guck mal, rechts von dir ist ein Gegner. Find ich den? Rechts. Rechts. Ich habe mich gar nicht gesehen. Jetzt versteckt, Bisch. Okay, komm. Da, 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 da. Das heißt, nix. Alter, da ist alles voll mit Gegner aus, Alter. Ja, wir sind noch auf dem Platz. Weh, weh, weh. Ja, gut, das war klar. Fucking. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Untertitelung des ZDF, 2020